hallo leute willkommen zurück beim red talks für uns moto gp 17 und weiter geht's mit die renne jetzt in diese niederlange große preis assen ja weiter geht's ich nehme meine set up also ich habe auch gemerkt dass die set up so die letzte sie haben auch gesehen da war die möglichkeit in die qualifier position zu machen aber dadurch bin ich gefallen und ja ich habe es trotzdem versucht aber irgendwann habe ich auch gemerkt ich muss schluss machen das bringt nichts dass ich ärgert mich mit die position ich mache unfall und das bringt auch nichts okay ich nehme wieder die set up der war gut und jetzt wir sehen uns in die renne werde ich auch behaupte so zu strecken und ja erst im 19 ich muss gas geben jetzt ich bin auch sechs in die gesamte wertung dann muss ich auch meine platz verteidigt oder etwas raus holen ok jetzt so sechs grund sind zu machen und mal sehen was wir erreichen und für den momenten 13 platz habe ich gute platz zurückgeholt so ich muss aufpassen dass ich bleibe auch nicht enge und die reifen die die kollege das funktioniert sehr gut die set up ich habe zwar gewusst die set up passt auch aber nicht mehr so hier ok ja hallo was ist hier los er wollte mich unbedingt draußen sehe er will nicht dass sie ich komme weiter nene kumpel aber ein schwerer große preis muss ich zugeben sie sehen auch dass die gegner die wohl schön die vormir sind mehr gas gebe hast uns aber ich will aufpassen weil wie gesagt kann man auch hier sehr viel zeit verlieren oder fallen sowie war im quali frei für mich ich bin schön sehr sehr oft gefahren war und ihre ich ich muss zurückkommen ich muss zurückkommen aber sie sehen auch das irgendwie mit die stabilität da habe ich probleme ok erste rund geschafft da komme ich zurück da komme ich zurück ok ein platz gut gemacht wo noch ein platz gut gemacht sehr gut sehr gut so irgendwie passt diese set up sehr gut ich komme auch wieder raus ja ich habe gewusst dass ich gehe auf die fehler und so jetzt lassen sie mich wieder vor vorne kommen nee bitte ah das ist schön geärgert so die wollen mich ärgern nie mehr vorbei ziehen lassen aber jetzt was ist das für eine mobile mobile die ich habe jetzt zukunft muss ich zugeben ja und danke ich fahre auch wieder an ich habe es gewusst da wollen die mich nicht unbedingt vorne sehen die wollen mich komplett intern gesehen dass ich mal auch kein problem für die meisterschaft da bin ich nicht zufrieden da bin ich nicht zufrieden okay ich habe auch geschnitt ja es tut mir leid es tut mir leid ich muss zurückkommen irgendwie ich muss zurückkommen weil sie sehen auch dass da lassen die mich auch nicht so klar allein kommen vorbeiziehen ne 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 die wollen das nicht ok achten platz für den moment hierher muss ich sehr sehr aufpassen ja aber das ist nicht meine beste renn für den moment aber ich kämpfe so jetzt vorbei wieder an eine siebte position das sind noch drei runden zu machen so jetzt sind wir in die dritte runde muss ich zugeben oh ich war willing da wollte ich auch nicht dabei anfangen boah aber der andere er kommt auch sehr sehr schnell gut sie sehen auch das vorne die sechste fünfte hat auch Vorsprung genommen boah der andere er kommt auch schnell bleib hinter mir bitte ah dieser Renn ist wirklich eine von die schwerste in dem spiel muss ich zugeben so weiter 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 jawohl wow super überall muss ich zu sagen zu geben fuhuuu oje oje ich weiß nicht wo ich bin jetzt ah ne aah oh ne nein 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 das ist nicht gut das ist nicht gut ich lass mich komplett abrutschen ne 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 so siebte ich habe auch geschafft diesen sechsten Platz zu überholen aber irgendwie war ich zu schnell vorher so langsam 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 ich muss die Unfall vermeint vermeint wow nein 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 das ist nicht gut bleib auf die Strecke wow ich mach so Fälle das ist nicht normal jetzt gerade aber wie gesagt der der Strecke ist sehr sehr schwer wow lass mich los das ist noch ein Wunder das ist noch ein Wunder das ich bin noch nicht nicht noch einmal wieder gefallen weil in die Qualify bin ich sehr oft gefallen Sie haben auch das gesehen das jetzt in dem großen Preis da da habe ich noch Glück das nur einmal bin ich gefallen ehrlich wo alle die schieben mich auch nicht vorbeizuziehen jawohl Deparsini was will der aah lass mich deine deine Position bekommen und da verliere ich auch nicht so aah ne da bin ich auch wieder gefallen oh nein 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 ja gut achte Position jetzt muss ich Gas geben zurück zu kommen aber leider ist der große Preis sehr schwer ne ich freue ich versuche alles sie sehen auch aber irgendwie geht funktioniert das nicht so ganz jetzt gut er ist noch nicht so weit weg vielleicht reicht das in die sechste Runde so in die letzte Runde dass ich überhole ihm aah ne 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 brems wie gesagt das ist schwer jetzt für mich ne da falle ich wieder noch einmal aah nein ja und jetzt ich rutsche ich rutsche ah da bin ich gar nicht mehr in die Punkt jetzt aah da ist meine sechste Platz im Gesamtmeisterschaft wieder in Gefahr gut gut das macht noch nichts wenn kann man auch nicht immer gewinnen das muss ich zugeben es wäre noch eine bessere Startposition am Anfang gewesen für mich wäre auch super super und ich werde auch weniger Unfall machen wäre auch super aber gut jetzt das sind nur zwei Platz vor mir ich muss nur hoffen dass ich überhole ne da falle ich wieder aah ah dieser Renn ist grausam für mich ok zurälfte Position wieder wie gesagt diese Strecke ist sehr sehr schwer für mich aah und er überrollt mich wieder der Siarine Siarine gut 12.5 Position ist für den Moment nicht schlecht wenn ich ich mache auch mit 12. Platz am Ende das ist auch ok da kann ich auch mitleben ja Leute das war wirklich eine schwere Renn ah ich kenne diese Strecke der ist sehr sehr schwer für mich und 12. Platz ich kann noch überleben und oh ich bin immer noch 6. im Gesamtwertung da habe ich Angst gehabt auf meinen 6. Platz aber gut da muss man noch überleben wie gesagt das war eine schwere Renn jetzt mal gucken was gibt es für Neuigkeit für uns so was ist Neuigkeit wie viel Geld kassiert mal schön und was der Mordere Kollege hat gemacht ah der ist 30 32 immer noch ai 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 er ist auch nicht so besser der Alexandre Leblanc aber wir kassieren ein Orgel 32.000 und das ist auch optimal und gut ich werde mich auch abschieben von euch jetzt gerade und wir sehen uns in den nächsten großen Preis mit Qualify und danach wieder die Rennen und ich wünsche euch alles gut Ciao viel Spaß mit weiterhin und machs gut bis dahin ganz viel Spaß ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal